Ja, der Preis geht an Gerti Drassel. Oh, wow, hallo! Ich freue mich total. Ja, ich bin ein Teil einer Sache bei diesen Vorstadtweibern, einer sehr schönen Sache und eines unfassbar tollen Ensembles. Ich nehme den Preis jetzt auch als ein Teil dieses Ensembles für mein Ensemble mit, weil ich finde, das ist die Essenz dessen, was ich tue, etwas miteinander zu tun und das macht auch am meisten Spaß, dort miteinander das zu entwickeln. Also ich nehme es jetzt für alle Vorstadtweiber und Männer nach Wien mit. Ich danke total, wirklich. Vielen Dank.